Kleine Abenteurer lieben es, spielend neue Welten zu entdecken. Puzzle & Play fördert die Motorik und regt die Fantasie im freien Spiel an. Denn einmal fertig gepuzzelt, verwandeln sich die Puzzle in eine spannende Kulisse für noch mehr Spielspaß. Wie funktioniert das? Zuerst die beiden Puzzles in der Innenseite der Box zusammenbauen. Dann die Boxen zusammenstecken und mithilfe der Füße aufstellen. Prima! Und los geht's auf Entdeckungsreise! Auf diese Weise können kleine Abenteurer ihrer Fantasie freien Lauf lassen und in die Welt der Puzzle eintauchen. Mit den Geschichten in der Anleitung lassen sich weitere spannende Details entdecken. Huhu, ich heiße Anne. Mein Papagei heißt Coco. Siehst du ihn? Puzzle & Play. Puzzlen, Spielen und Entdecken. Für noch mehr Spielspaß ist Puzzle & Play erweiterbar und in unterschiedlichen Themenwelten erhältlich. Puzzle & Play. 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 Puzzle & Play